Da ist Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, mit seiner Rede in Stuttgart. Vielen Dank, liebe Judith. Ein frohes neues Jahr Ihnen allen, liebe Gäste, verehrte Anwesende. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben Glück und Gesundheit für dieses Jahr und dass Sie all die Ziele erreichen mögen, die Sie sich vorgenommen haben. Wir sind in Zeiten großer Unsicherheit, in Zeiten auch eines tiefgreifenden Wandels. Deshalb sollten wir uns zu Beginn dieses Jahres gemeinsam daran erinnern, dass wir dennoch nicht Objekte des Schicksals sind, sondern dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen können. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns, das wünsche ich unserem Land. Dass wir auch in diesem Jahr unser Leben in die Hand nehmen und unser Schicksal selbst bestimmen. Auch euch herzlich willkommen. Also in die Hitparade kommt ihr damit nicht, aber ihr seid herzlich willkommen. Ihr seid uns herzlich willkommen. Wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen. Und ihr wolltet euch festkleben, ja? Und das ist, und verehrte Anwesende, das ist jetzt mein Angebot an euch. Klebt euch, klebt euch fest, nehmt viel Kleber. Klebt euch, klebt euch fest, nehmt viel Kleber. Denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden sonst behindern. Und ich hätte es übrigens begrüßt, neben der Gesangseinlage vielleicht auch, ein politisches Argument oder zumindest eine Forderung zu hören. Leider liest man ja auf eurer Webseite auch nur die Forderung nach Tempolimit und 9-Euro-Ticket. Und ich muss sagen, wenn das die verbliebenen Forderungen der Klimabewegung, des Klimaprotests in Deutschland sein sollten, dann muss man sagen, die Weltöffentlichkeit wird beeindruckt sein über das, was in Deutschland passiert. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.